Das 18. Türchen am Start Leute, heute ist wirklich das 18. Türchen am Start. Leute, es ist bald Weihnachten, es ist bald geschafft Leute. So viele Türchen sind so offen hier, so viele, zack 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 zack. Und heute auf jeden Fall das 18. Türchen. Gestern war ja auch wieder eine Bundesdekommendkarte enthalten. Mal gucken, ob heute wieder eine Bundesdekommendkarte enthalten ist. Heute ist auf jeden Fall das 18. Türchen am Start. Ich würde sagen, wir öffnen einfach mal dieses 18. Türchen. Okay. Es ist eine Bundesdekommendkarte enthalten. Es ist wirklich ein geiles, geiles Türchen. Es ist ein geiles Türchen. Ich glaube, das ist sogar das... Lol. Okay. Ja. Gut. So, da beginnen wir mit der ersten Karte. Es ist nämlich von Leverkusen Abwehr. Es ist Kai Havertz, den wir ja dieses Jahr auch auf dem Bundesliga Adventsgeländer draufhaben. Kai Havertz. Müsste eigentlich jeder kennen. Kai Havertz ist ja in der Nationalmannschaft gerufen worden vor kurzem. Von daher ist da so bekannt geworden. Hier auf jeden Fall auch drauf hier. Kai Havertz aus Leverkusen, der gute Mann. So, da haben wir auf jeden Fall die nächste Karte. Leute. Es ist wirklich eine Club 100 Karte. Es ist von Augsburg Philipp Max. Wir haben eine Club 100 Karte im Adventskalender. Es hatte ich zuletzt im Adventskalender 2012-13. Ich glaube, 2012-13 hatte ich mal den letzten Club 100 Karte in einem Adventskalender. So lange her, Leute. Ja, Philipp Max, Club 100. Habe ich zwar schon, aber auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr nice. Ich bin raus und zack. Bis morgen zum 19. Türchen. Ja, morgens in einen Vlog gehalten. Ich bin raus und zack. Bis morgen. Ich bin raus. Musik